Wir haben diese sommerlichen Gadgets für den Sommer. Wir haben daran gedacht, dass du im Sommer am Pool gerne Musik hörst, die Schönheit der Unterwasserwelt erkundest und Spaß hast. Aber wir haben auch deine Sicherheit nicht vergessen. Schlechte Klangqualität ist nicht das, was du brauchst, wenn du dich am Pool lustig machst. Zusammengeklappt hat dieser Paumo-Lautsprecher fast die Größe deines Handys. Im erweiterten Modus kann er mehr Luft bewegen, um tiefere Bässe und einen insgesamt saubereren Klang zu liefern. Ein weiteres cooles Feature ist die magnetische Befestigung. Suche dir einfach eine geeignete Oberfläche wie deinen Kühlschrank oder dein Auto. Du kannst ganz einfach zwei dieser Lautsprecher koppeln, um satten Stereoklang zu erhalten. Das ist nur eine Frage von ein paar Fingertipps. Auf diese Weise erhältst du eine Laufzeit von 8 Stunden. Hier ist eine leicht verbesserte Version. Sie ist etwas größer. Ihr Akku bietet bis zu 14 Stunden Spielzeit und dieses Modell ist zu 100% wasserdicht. Du kannst das Ding also zum Schwimmen in den Pool werfen. Du denkst immer noch, dass du dir einen Spa zu Hause nicht leisten kannst? Da liegst du falsch. Mit diesem aufblasbaren Saluspa Whirlpool kannst du dich in deinem Garten entspannen, ohne dass es dich ein Vermögen kostet. Entscheide dich für eine größere Größe und mache ihn zum Mittelpunkt deiner Party, denn er ist für bis zu 6 Liebhaber der beruhigenden Blasen geeignet. Ein vollautomatischer Generator bläst das Gerät in wenigen Minuten auf und füllt es mit Wasser. Ein Bedienfeld hilft dir dabei, alle Einstellungen vorzunehmen, sei es die Temperatur, der Massagemodus und so weiter. Endlich kannst du deinen eigenen Whirlpool mitnehmen, wann immer du willst. Picknick in der Wildnis. Mensch, wo ist der tragbare Kühlschrank? Dieser Rucksack von Bindle kümmert sich um deine Snacks und deine Sachen. Das Bodenfach besteht aus isolierendem, hochdichtem Material, das dein Essen und deine Getränke stundenlang kühl hält. Es gibt genug Platz für bis zu 12 Dosen. Das obere Fach kann für deine Sachen genutzt werden. Ein paar Außentaschen und Schnallen können sich als praktisch erweisen, um dein Handy, deine Schlüssel, deine Decke und so weiter zu verstauen. Und wenn das Picknick vorbei ist und der Rucksack leer ist, kannst du ihn einfach wie ein Burrito zusammenrollen. Ja, deine Flipflops haben schon an deinen Füßen gerieben, aber du trägst sie trotzdem, weil du viel Luft zum Atmen schätzt. Vergiss die unbequemen Schnüre und jede Art von Riemen. Diese Flipflops werden mit Kaugummi an deinen Füßen gehalten. Ein Scherz. Es sieht so aus, als würden sie deine Gliedmaßen umarmen und deine kleinen Zehen vor den feindlichen Tischen und Schubladen ringsum schützen. Abgesehen davon eignen sich diese verbesserten Hausschuhe auch für den Strand, den Pool und für Yoga. Und weißt du was? Du kannst sie auch beim Einkaufen oder Skateboarden tragen. Der Hersteller behauptet, dass du dich in beiden Fällen bequem fühlen wirst und deine Füße immer geschützt sind. Du bist kein großer Schwimmer? Dieses Kingi Armband könnte dir eines Tages das Leben retten. Es funktioniert wie eine Schwimmweste, nimmt aber viel weniger Platz ein und du kannst problemlos so lange unter Wasser schwimmen, bis du nicht mehr magst. Bei Bedarf ziehst du einfach an der Wasserwaage, um die interne CO2 Patrone zu durchstechen und der Sack bläst sich innerhalb von Sekunden auf und bringt dich an die Oberfläche. Außerdem hat er eine Pfeife und einen Kompass. Hier ist ein weiteres erwähnenswertes Gerät. Dieses Halsband von Pluta verfügt über ein intelligentes Auslösesystem, das erkennt, wenn dein Kopf länger als 30 Sekunden untergetaucht ist und automatisch zwei aufblasbare Kissen auslöst, um deinen Kopf über Wasser zu halten. Er ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Wähle einfach die richtige Größe und genieße deine Zeit im Wasser in dem Wissen, dass du sicher bist. Okay, wo packst du deine Sachen hin, wenn du ganz alleine schwimmen gehst? Ein stolzer und einsamer Tiger. Hör auf, am Strand nach Verstecken oder Schließflächern zu suchen, zieh dir eine dieser Badeshorts verschiedener Hersteller mit einer wasserdichten Tasche an. Das Geheimnis sind diese Taschen mit Neodym-Magneten, die deine Sachen vor Wasser schützen, selbst wenn du dich in 30 Meter Tiefe wiederfindest. Und dank der Nanotechnologie-Funktion SpeedDry trocknen die Shorts fünfmal schneller als normale Shorts. Das behauptet zumindest der Hersteller. Traust du dich, es auszuprobieren? Ein Nachmittagstee im Freien wie ein echter Engländer hört sich toll an, bis du unter der direkten Sonne langsam schmilzt und verrückt wirst, weil die Insekten um dich herum auch ein Picknick machen. Dieses Zelt von Alvantor lässt sich mit minimalem Aufwand in wenigen Minuten aufstellen und ist groß genug, um bequem bis zu zehn Erwachsene und sogar ein paar Terrassenmöbel unterzubringen, damit es drinnen tröstlich ist. Die Netzwand sorgt für Belüftung ohne lästiges Ungeziefer. Während ähnliche Zelte aus sperrigen Meisen gefertigt sind, ist dieses durch die Verwendung von Fiberglas extrem leicht. Und wenn du fertig bist, verwandelst du es einfach in eine Pille und packst es in dein Auto. Ankerlichten ist die Farben hoch. Jetzt bist du bereit, Schätze zu finden. Stehst du mehr auf Angeln und Jagen? Das Boot ist so leise, dass die Enten denken werden, du wärst ihre große Mama. Das Wasserfahrzeug kann bis zu 135 Kilo Gewicht tragen, sodass es für dich und deinen Fang geeignet ist. Und danach wirst du deine Black Pearl beim lustigen Treiben auf einem See oder Teich bestimmt zu schätzen wissen. Sieh stabil, also hab keine Angst, dass du mit deinem Schiff untergehst. Herkömmliche Wasserflaschen sind sowas von veraltet, nicht wahr? Ein einfacher Zugang zu Wasser ist bei langen und heißen Wanderungen von Vorteil. Dieser Nathan-Rucksack ist mit einer Trinkblase ausgestattet und bietet dir maximalen Komfort, wenn du ein Rennen fährst, mit dem Fahrrad unterwegs bist oder einfach nur deinen Tagesausflug machst. Du brauchst einen Schluck? Benutze den Schlauch. Lastenträger über den Schultern verhindern, dass das Wasser und andere Dinge beim Joggen aufprallen. Außerdem gibt es auf der Vorderseite ein paar Taschen, in denen du zusätzliche Flaschen oder andere Dinge leicht erreichen kannst. Das ist die coolste und bequemste Art, Wasser zu transportieren. Lade die Kanonen, die Hitze kommt. Ja, diese Spyrad 2 Wasserpistole füllt sich automatisch auf und braucht dafür nur 10 Sekunden. Während des Kampfes kann sie mit einem vollen Tank 22 reguläre Schüsse abgeben. Ist der Gegner zu schwer zu besiegen, verwende den Powerblast Schuss. Die Waffe hat eine eingebaute Anzeige, sodass du die verbleibenden Schüsse und den Batteriestand im Blick hast. Um dich auf einen Massaker im Freien vorzubereiten, musst du also nur die Waffe aufladen und einen Eimer Wasser in der Nähe platzieren. Tauchen? Hast du schon mal diese Tauchsauerstoffflaschen gesehen, die dir das Rückrad zu brechen drohen? Dieses kleine und leichte System ist für das selbstgesteuerte Tauchen im flachen Wasser konzipiert. Kein Nachfolgen von Luft, kein Ausleihen und keine problematische Logistik. Es ermöglicht die Erkundung der faszinierenden Unterwasserwelt für fast eine Stunde in bis zu 12 Meter Tiefe. Die Luft wird über einen Spiralschlauch mit einem Mundstück zugeführt. Und ein batteriebetriebener Kompressor folgt dir, oder besser gesagt, schwebt mit dir an der Wasseroberfläche. Er ist leicht zu tragen und lässt sich gut in deiner Tasche verstauen. Also, lade den Akku auf und komm dir unter Wassernatur näher. Abenteuer im Freien sind in Ordnung, bis du diese wilden Tänze beginnst und versuchst, die Mücken um dich herum loszuwerden. Dieser doppelseitige Mückenschutz ist ein Ausweg, um Insekten bis zu 9 Meter von dir fernzuhalten, um durch Insekten übertragene Krankheiten und schmerzhafte oder unangenehme Insektenstiche zu verhindern. Lege einfach ein Repellent Pad auf beiden Seiten ein und schließe das Gerät an deine Powerbank an. Das darin verwendete Repellent basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen, sodass du keinen unangenehmen Geruch wahrnehmen wirst. Hänge den leistungsstarken Mückenkeller auf, wenn du zelten gehst, oder benutze einen Gurt, um über dem Wandern an deiner Brust oder deinen Rucksack zu hängen. Wir alle tragen Kleidung und Schuhe in bestimmten Größen. Warum sollte also auch eine Schwimmbrille eine Einheitsgröße haben? Wenn du Stunden im Schwimmbad verbringst, brauchst du ein Accessoire, das dir am besten passt. Scanne einfach dein Gesicht und schon hast du die maßgeschneiderte The Magic 5 Schwimmbrille mit UV-geschützten Gläsern, einer einzigartigen Form und einer hervorragenden peripheren Sicht. Genieße den Schwimmsport ohne jegliche Ablenkung. Ist es draußen so heiß, dass du dir die Eier auf dem Bauch braten kannst? Die Lunatec Flasche ist dein persönlicher Mister, ein normaler Wasserhahn, eine Campingdusche und sogar eine Wasserpistole in einem Körper. Ja, die Lunatec Flasche ist so vielseitig. Alles dreht sich um den Deckel, der die Flüssigkeit auf verschiedene Arten versprüht, je nachdem welchen Aufsatz du montiert hast. Du willst dich unterwegs erfrischen, hast die Flasche aber mit einem Riemen am Gürtel befestigt? Kein Problem, denn mit dem mitgelieferten Schlauch kannst du die Flasche in eine Trinkblase verwandeln. Das Fassungsvermögen von 1 Liter reicht für jede Art von Erfrischung, die du brauchst. Und sie ist auch perfekt für deine Haustiere. Kannst du nicht schwimmen? Mit dem Swim-In S1 Pool Scooter kannst du fast eine Stunde lang mit bis zu 4 kmh pro Stunde wie ein Profi schwimmen. Wenn du zwei versteckte Knöpfe drückst und hältst, startet der eingebaute Motor die Stütze und du fängst an zu schwimmen, ohne ins Schwitzen zu kommen. So wird jeder Anfänger keine Schwierigkeiten haben, sich über Wasser zu halten. Willst du etwas lustig sein? Dreh das Brett um und voilà, jetzt hast du eine mächtige Wasserkanone in deinen Händen. Mach dich bereit für die Wasserschlacht! Was haben ein Hobbytaucher, ein Wissenschaftler und ein Fischer gemeinsam? Sie alle würden diese Unterwasserdrohnen besser nutzen, um sicher zu sein und genauere Daten zu erhalten. Diese Drohne mit dem Namen X-Roth ist ein Spitzenmodell, das mit Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. 4K-Kameras, eingebaute Lichter und ein Echtzeit-Computer sehen verfolgen Laserpunkte, um komplexe Oberflächen zu erfassen. Mit anderen Worten, du bekommst ein extrem detailliertes Bild auf dein Gerät. Und das alles mit einer hohen Akkukapazität und einer Höchstgeschwindigkeit von 7 kmh pro Stunde. Diese Drohne namens Inspector 3 ist tragbarer und etwas einfacher als das Vorgängermodell. Dennoch kann sie Unterwasserlandschaften in bis zu 125 Metern Tiefe inspizieren. Das LED-Licht und das Kamerastabilisierungssystem machen es möglich, genaue Informationen in Echtzeit zu sammeln. Ein weiteres Merkmal ist, dass dieses innovative Fahrzeug mit stärkeren Strömungen umgehen kann. Egal für welches Modell du dich entscheidest, beide kosten dich einen Haufen Geld. Wünschst du dir eine Meerjungfrau zu sein? Der mächtige König Triton, der so schnell und gewandt tief im Wasser schwimmt. Diese Monoflosse gibt dir diese Chance. Befestige sie mit dem Riemen an deinen Füßen und vergiss nicht den Schub mit einem Kraftpaket. Ja, die Amphi Monoflosse verfügt über einen eingebauten Antrieb, der den Träger mühelos durch das Wasser schiebt. Sie funktioniert genauso wie die Elektrofahrräder mit einem hybriden Antriebssystem, das teilweise durch die menschlichen Muskeln und teilweise durch einen Elektromotor angetrieben wird. Keine manuelle Steuerung, sondern müheloses Erkunden der Unterwasserwelt.